Ich bin in einer seltsamen Einrichtung angekommen. Guten Morgen und Willkommen im Black Mesa Transitsystem. Dort haben wir Timmy getroffen. Der wollte mit uns ein Bier trinken gehen. Bis später, ich gebe ein Bier aus. Ja, okay. Alles klar, dann gehe ich. Leider haben wir ihn dann auf dem Boden liegend gefunden. Nee, der Gute. Der wollte mit mir ein Bier trinken gehen. Es sind seltsame Dinge aus Löchern geflogen. Oh. Und es wurden Leute in Löcher reingezogen. Oh, ihr lebt ja beide noch. Ich habe ein Alien gesehen, das von einem Computer komplett eingenommen war. Timmy, der hat wohl nicht mitbekommen, dass die Schienen unter Strom stehen. Und da bin ich jetzt. Ich wollte eigentlich, dass Timmy mitkommt. Und da bin ich nicht mitbekommen. Und da bin ich jetzt.